Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Unholy Kingdom, zusammen mit Maxi McFly. Jivi von Sofa Gaming. Hallo. Und Anonymous von Anonymous. Und Gerobai von Gerobai. Gerobai von Gerobai. Gerobai von Gerobai. Gerobai von Gerobai. Okay, kommt mit welcher IP? Hilfe, da ist ein Belf durch das Porto. Oh, da fische Feuerbälle. Das ist wieder das Vieh? Ach, das macht er nicht. Nein, das ist ein Belf, das ist ein neues. Das will doch nur spielen. B-E-L-P-H. Das tut doch nicht. Was ist denn nun das Problem bei unserem Lever Portal? Kommt da jetzt immer noch was durch? Etwas ist gut. Es will doch nur spielen. Warte mal, was brauche ich denn jetzt hier? Ich glaube, Holz wäre am geilsten. Es tut doch nicht. Ah, ich brenne. Jetzt Holz? Halten Sie durch, Holde Maid. Ich komme, um Sie zu retten. Oh Gott. Mir leckt es mal wieder richtig hart. Der Belf ist weg. Der Belf ist weg. Dort war ein Belf. Kommen Sie, Junge Maid. Wir kämpfen zusammen gegen den Belf. Belf. Kommen Sie, Junge Maid. Lassen Sie mich nicht da leiden. Ich bin doch ein nicht weg. Wenige, wenige, wenige. Lohenstaub. Da ist ein Belf. Der hat nur 140 Leben. Da kann man rauchen. Zaun kann man brauchen. Leiter. Joa. Wer kümmert sich eigentlich um die Nahrungsproduktion? Boah, das ist schnell wieder raus. Niemand? Niemand? Das ist natürlich praktisch. Mach mal Nahrung. Wir haben doch in der Kiste. Euer Volk hungert. Euer Volk hungert. Das ist doch was in der Kiste. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Wo war das nochmal? Anno 1602. Hm. Euer Volk hungert. Habe ich auf meinem Kanal übrigens hochgeladen. Anno für alle Leute, die Annos gucken waren, oder? 1404. Auch ein sehr gutes Anno. Die einzige Ware ist Anno 1602. Nein, Spaß. Die sind eigentlich alle ganz gut, die Anno-Teile. Ich finde 2070 sogar gar nicht so schlecht. Das war einfach nicht so mein Stil, weil ich bin nicht so für Futur. Aber es ist schon ganz cool. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Anno gespielt. Weiß nicht. Einfach mal Anno. Auch einfach mal Anno, ne? Einfach mal Anno. Einfach mal was gönnen. Einfach mal Anno. So Strategiespiele, diese richtigen Strategiespiele. Die Leute spielen die immer ganz gerne, aber ich finde das ist auch extrem schwer, die irgendwie das zu hochzuladen, also das aufzunehmen. Let's playen mäßig. Weil es einfach so lange dauert und so. Im Endeffekt ist das für Alleinunterhaltung, finde ich. Man kann es schwer hochladen, weil es ist nicht so spannend zuzugucken immer, finde ich. Das ist... Ich finde, es ist so wie bei allen Sachen, wo keine Story ist. Du musst halt... Du musst halt sehr gut, äh... Musst du schon ein Typ für sein, sag ich jetzt mal. Umso Strategiespiele... Du musst der Typ dafür sein. Und du musst auch, äh, das Wissen dafür haben. Ja, ich wollte gerade sagen. Oder du machst halt wirklich den Erklärbär. Also im Sinne von, äh, du spielst richtig gut und erklärst dann halt, ne? Und wenn du das wirklich kannst, dann ist es auch egal, ob es jetzt langweilig ist oder was passiert. Da kannst du genauso gut, wenn nichts passiert... Das ist ja in jedem Spiel so. Wenn du den Erklärbär spielst, dann kannst du alle... Also wenn du wirklich diese Spiele, wo man vielleicht nicht immer hundertprozentig direkt am Anfang durchblickt. Wenn du dann da den Erklärbär spielst, dann bringt das immer auf jeden Fall was. Ah, Skoroba! Tschüss, Koroba! Ciao, kein Bock mehr auf euch. Spastis, ey, ich mach jetzt ein Solo-Player, let's play. Solo-Welt macht er jetzt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Unholy Kingdom. Heute mit mir. Heute mit mir, Gorobai. Ich bin hier gestrandet, das ist ein ganz neues Projekt, ganz neue Sache. Ich hab mir ein paar Regeln zusammengelegt, ihr seht unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber los! Und zwar, ich mach das ganz alleine hier, es ist auch ganz alleine meine Idee gewesen, dass mein Let's Play... Hashtag... Hashtag Freiheit. Ja. Sehr gut. Ich bin das wieder an. I like. Aber nee, ich finde... Keine Ahnung. Nee, nee, wir glauben nee. Nee, jetzt, um nochmal auf das Strategie-Spiel-Thema zurückzukommen. Chibi, was hast du dann? Strategie? Spielst du eigentlich Strategie-Spiel, Chibi? Oh, das letzte, was ich so ein bisschen gespielt hatte, liegt ja schon Jahre weg. Das war Age of Empires. Aber... Zwei? Genau, richtig. Und es ist für uns sehr alt und ansonsten... Sehr gut, aber auch. Ansonsten kann ich irgendwie jetzt... Irgendwie bin ich ungeduldig geworden. Irgendwie macht das mich nicht mehr so geil, das zu spielen. Muss ich ehrlich zugehen, das ist für mich irgendwie... Oh! Ich bin ja einfach ein riesen Fan von den sogenannten... Nein, das ist dunkel. Es ist exkludiert. Grand-Strategy-Games geworden. Das sind diese Spiele, wo du wirklich an einer Partie bis zu 50 Stunden oder so sitzen kannst. So Civilization-mäßig? Civilization, Europa Universalis, Total War, die Reihe, die Serie natürlich. Wo du einfach wirklich Tage mit verbringst, diese eigene Partie zu spielen. So wirklich. Aber im Prinzip, im Prinzip bietet sich das an für ein Let's Play. Ähm... Ich hab schon noch häufiger überlegt, Europa Universalis irgendwas zu machen. Das Problem ist einfach, wenn du das machst, musst du ja wirklich was drauf haben. Da musst du es wirklich können, weil jeder kann mit den starken Nationen, mit den starken Fraktionen anfangen zu spielen und es einfach schaffen. Selbst im Hardcore-Modus. Aber die wahre Herausforderung kommt, wenn du als Papststart anfängst und den Nahen Orient erobern willst. Weil das ist so viel wie unmöglich und solche Scheiße. Also du musst da wirklich was drauf haben. Und das ist ein... Ich hab ein paar Mal versucht, ich scheitere immer kläglich und krieg der aber auf den Maul. Deswegen mach ich das noch nicht. Na gut, aber du kannst natürlich... Du kannst im Prinzip, äh, ja mit, mit, äh... Ein... 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 Einfachen Nation, sag ich jetzt mal, oder mit einem einfachen Spiel halt anfangen. Ja. Und erstmal gucken, ob das die Leute dann überhaupt interessiert und ob das dann auch was für dich ist. Bevor du dich halt an Hardcore-Modus quasi ransetzt. Ja, stimmt natürlich auch. Mhm. Wie heißen denn diese Dinger? Elf heißen die doch. Hab ich wieder irgendwas falsch eingestellt? Ähm. Ja. Aber ich finde, dass die Zuschauer da vielleicht... Jetzt nochmal ein bisschen Call-to-Action zu machen, ne? Ähm. Schreib doch mal rein. Was... Also jetzt allgemein, was schaut ihr denn so auf YouTube für Spiele? Also natürlich einige werden jetzt natürlich Minecraft sagen und so, ne? Aber... Ich wollte grad sagen, jetzt ist es natürlich unter Minecraft Let's Play immer sehr... Unter was willst du es sonst fragen? Unter irgendwie noch. Naja, ich weiß, dass viele Leute auch, die bei Minecraft gucken, auch andere Spiele anschauen. Ja, ich weiß auch zum Beispiel ganz viele von den Twitch-Zuschauern, die wir gemeinsam haben, also Anne, Gurubay und ich, äh, sind auch teilweise sehr, sehr interessiert in diesen großen Strategiespielen. Nämlich, ich hab in meinem Stream schon mehrmals darauf gestoßen, dass die Leute gefragt haben, ob ich das nicht spielen kann. Ich hab auch mal eine Abstimmung gestartet, was ich als nächstes streamen soll. Und ich glaub, weiter Platz kam tatsächlich Europa Universalis, weil die Leute daran eigentlich doch interessiert sind. Natürlich ist das denn ein... Hilft das nichts, wenn ein Viertelmaier Zuschauer nur daran interessiert ist und der Rest sagt sich, was ist das für ein Kack? Na gut, weiß ich nicht. Ich mein, als Let's Player wie wir, die halt wirklich alle möglichen Spiele let's playen, da wirst du es immer haben, dass ein paar Leute das nicht interessiert, was das gerade spielt. Ja, wenn's, wenn's danach geht, müssen wir auch viel mehr Zuschauer haben. Fuck! Fuck, 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 fuck! Boah! Ja, so was wie Strategie und so haben wir schon mal geletsplayt und Dennis ist ja in Geschichte belesen, hatte das ja auch studiert und das war schon recht interessant. Ich weiß halt nur nicht, manchmal zieht sich das ja wirklich wie so ein Kaugummi durch und du kannst nicht jede Folge irgendwie einen neuen Geschichtsbringer da raushauen. Irgendwann gilt das dann auch nicht mehr. Dann bist du da am Ressourcenfarmen und schlag mich tot. Und ich weiß auch nicht, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich sowas let's playen könnte, ich glaube nicht. Na gut, aber wenn du sowieso das Spiel schon privat spielst, gerne. Ja, klar. Dann schon. Fuck, was soll das denn? Was tust du denn? Was machst du denn? Die Creeper hier. Oh! Das ist mir halt einfach, genauso wie so ein Rollenspiel, was so um die 100, 150 Folgen umfasst, irgendwann echt ein bisschen anstrengend vor. Wer halt nicht so lange mal einen Bock drauf hat, ne, aber... Also Unholy Kingdom läuft jetzt bei uns auch schon mit 90 Folgen. Ja, aber das ist noch mal sehr. Um jetzt nochmal so auf die Folgenzahlen zu kommen. Das ist krass eigentlich, ne? Da haben wir schon bald 100 Folgen Jubiläum gekauft. Ich glaube, da ist aber auch wieder der Unterschied zwischen, was spielst du alleine und was spielst du mit mehreren zusammen, weil meist ist ja auch immer so eine Gruppendynamik drin, die hast du in einem Singleplayer-Game einfach nicht. Hm. Oh. 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 Alter, dieser Blitz. Das ist ja alles wie, wie so oft halt Geschmackssache. Das ist so ruhig. Das ist nicht einfach daran, dass ich vergessen habe, irgendwie Musik anzumachen. Nein. Das ist halt wie in so einem halt Geschmackssache. Wie in was? BG wird gelacht, dann war es irgendwas versaut. Nee. Okay, was habe ich jetzt verpasst? Dass das Geschmackssache ist? Nee, das klingt irgendwie wie so eine Geschmackssache. Das klingt wie so eine Person. So wie das gerade drüber kam. Das schmeckt. Oh. Oh, oh, oh. Das ist ja heftig, Max. Wie geht's dir jetzt? Krass, ey. Ich weiß nicht, aber ich wurde wieder in die Luft geschleudert. Ja. Ich weiß nicht, hier drüben. Da drüben sind richtig böse Kräfte am Werk. Ja, aber ich glaube, wir sollten hier dieses Teil hier mal abreißen. Was ist das? Das ist Obsidian? Das ist Obsidian. Das ist Obsidian, ja. Buh. Meinst du, wir sollen das abreißen? Ich weiß nicht. So, das war jetzt ein Blitz. Endstein, Obsidian. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Ich meine mein Spiel ruckelt gerade ein bisschen. Was ist denn da los? Grafte ein Enderhandbuch. Wieder was? Goro, was machst du schon wieder? Ja? Er kann jetzt einmal das Ding abbauen. Achso, ne. Ich... Da ist er schon wieder. Und halt den... Ihr macht das auch, damit er nicht von diesem krassen Zombie getötet wird. Ja, ich wollte gerade sagen. Der hat mit 150 Leben auf ihn zugerannt kam. Was ist das denn? Macht der hier? Ja, einer... Ich glaube der hintere... Ne, der vordere. So, auch noch. So. Das waren die Zombies. Das wir weg machen. Okay. Ja, das heißt... Ich glaube das liegt nicht am Teil. Ich glaube das liegt einfach, weil hier so viel offene Fläche noch ist, die unausgeleuchtet ist. Sag mal. Haben wir eigentlich schon einen Verzauberungstisch? Verzauberung? Ne. Ne, das kommt ja in Gibis Dings rein. Bewehrt, klebrig... Hä? Warum? Achso, da kommt er in Gibis... In Gibis Dings. Ne, 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 ne. Ich... 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 Wir können auch zwei haben. Es steht nicht in den Ringen, dass wir nur einen haben dürfen. Unheiligen Magie abwenden. Ich möchte nur meine gesegneten Waffen, gesegnet vom Willergott, ihm selbst, immer im Tempel... Bla 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 bla. Anne? Ja. Find's interessant. Ja, das ist immer so, alle finden es interessant und nur Anne, wääh, 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 das ist so, dass Anne ist halt, Anne ist halt so ein, das war nicht darauf bezogen, dass es langweilig ist, sondern eher, dass du so von wegen, du willst den Verzauberungstisch ja nur, um deine Waffen segnen zu lassen. Ja. Ja, als ob. Ja, was denn sonst? Nein, ich möchte einen Falken Silke, der Mannspitzhacke, damit ich endlich Glowstone abbauen kann. Ich dachte, du willst Angst und Schrecken verbreiten. Ich dachte, du willst deine Waffen segnen lassen. Ja, ich will mir alles segnen lassen. Komm, mein bestes Stück. Da ist nichts mehr zu retten. Das hat auch nichts zu segnen. Das hat doch gesammelt. Ich kann höchstens eine absegnen. Ja, das ist echt. Hör auf, ich sterbe gleich. Ja, verdient. Oh, ich brenne. Ah, wenn ich sterbe, bist du fällig. Hast du ein Feuerzeug? Nein. Da ist so krass. Jetzt hast du es. Nein. Wirft es in den Schicksalspack. Nein, holt ihn zurück. Ich muss ihn töten. Der hat TNT. Die sind lang gerade. Aber ich meine, es gibt ja für alles einen Abnehmer, um jetzt nochmal auf das YouTube-Thema zurückzukommen. Das stimmt. Ja, er muss es nur finden. Er muss die Angst mehr überwinden. Da wird sich alles weiterführen. Oh, ich habe TNT in deinem Haus, der steckt. Cool. Unter der Pressure Plate? Nein. Das wäre aber witzig gewesen. Ist aber nicht versteckt. Aber stimmt, das hätte ich auch machen können. Nein, so wollte ich es nicht sein. Ah, jetzt ist es einfach noch nicht draufgekommen. Ach, da unten. Ist da ein Hebel dran? Ja. Ich bin versucht. Ja, das ist echt so. Hast du irgendwas da drin? Ja. Was isst du denn schon wieder? Eine Waffel. Eine Waffel. Oh, hier ist Eis. Eis, Eis, Baby. Ich habe jetzt so einen scheiß Craftel, ein Ender-Handbuch oben rechts stehen, die ganze Zeit in der Ecke. Ich kriege das nicht weg. Ja, dann crafte doch mal eins. Ausloggen. Ne, ich crafte jetzt ein Ender-Handbuch. Ender-Hand-Buch. 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 Hast du es vielleicht auf Deutsch oder auf Englisch oder irgendwas? Also ich habe es auf Deutsch, aber wie heißt es denn auf Englisch? Heißt es nicht auf Englisch? Okay. Da ist doch nichts kaputt gegangen. Doch, ausgestellend. Ja, aber ich wollte gerade sagen, ist das durch den Monster-Creeper-Schaden, ist das alles direkt aus? Also alles? Ja. Eine gute Frage. Könnte so sein. Toll, nicht mal das TNT explodiert, ey. Ja, ich bin enttäuscht. Ja, ich auch gerade. Auf ganzer Linie. Totales Scheißspiel. Das gucke ich mir nicht länger an. So, ähm, was wollte ich machen? Ja, Chewie. Chewie, we are home. Oh, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.